jetzt ist es also soweit die amazon fernseher die kommen nach deutschland drei verschiedene kategorien sollen es werden und wie die tv geräte aussehen was sie leisten und wie viel es dich kostet erfährst du natürlich jetzt in meinem video ich wünsche dir ganz viel spaß beim anschauen jetzt kommen also die großen versionen des echo show 15 auf dem markt im letzten jahr konnten wir den kleinen bruder der großen geräte schon ausgiebig testen und einvertreter davon hängt sogar in meiner küche jetzt kannst du es aber auch in perfekter omni tv qualität erleben mit bis zu 65 zoll bildgröße aber dazu gleich mehr laut amazon ist für jeden etwas dabei groß oder klein hd oder 4k alles ist möglich die wichtigsten highlights sind der kabellose hörgenuss via bluetooth verbinde deine bluetooth kopfhörer um in ruhe fernzusehen oder um personen in deiner umgebung nicht zu stören nutze auch die alexa sprachfernbedienung für fire tv um deine lieblingsinhalte abzurufen sportnachrichten zu hören smart home geräte zu steuern und vieles mehr weiterhin kannst du natürlich auch spiele konsolen oder controller anzuschließen um mit dem neuen tv zu gamen alle spiele bekommst du dann pflegeleicht im amazon app store zum downloaden aber los geht es mit dem kleinsten vertreter dem fire tv 2 hd diesen gibt es zum start in deutschland zum einführungspreis ab 189 euro 99 und klar ist dafür darf man keine ausgefeilte heimkinotechnik erwarten sondern muss im wohn- oder schlafzimmer mit kompromissen leben der günstige preis bezieht sich auf das 32 zoll modell das nach der einführungsphase dann 279 euro 99 kosten soll so bietet der vergleichsweise kleiner fernseher zwar zugriff auf die fire tv oberfläche und damit auch auf apps wie netflix oder disney plus er schafft aber auch nur hd auflösung mehr geht dann erst beim 40 zoll großen modell ab 249 euro 99 einführungspreis dann kostet dieser später 349 euro 99 beide fernseher unterstützen laut amazon hdr 10 hlg und dolby digital audio außerdem liegt die alexa sprachfernbedienung mit dabei tv fans dürften aber wohl eher zum fire tv 4 greifen den gibt es dann in der 43 50 und 55 zoll version und er bietet volle 4k auflösung hdr 10 hlg und dolby digital plus wie beim fire tv 2 sind auch beim vierer modell und auch bei den anderen versionen alle wichtigen anschlüsse für den fernsehempfang dabei unter anderem also dv bt 2 dv bc und der satellitendienst dv bs sowie hdmi mini av und usb a preislich liegt der fire tv 4 regulär ab 499 euro 99 wer früh bestellt zahlt allerdings jetzt nur 349 euro 99 fürs kleinste modell den günstigen vorbesteller link dazu findet ihr natürlich hier in meiner video beschreibung auch hier gibt es die alexa sprachfernbedienung mit dazu in der oberklasse gibt es dann den fire tv omni q led als highlight nicht nur für film und fernseh fans sondern auch für die smart home besitzer soll sich der fire tv omni q led eignen der schafft ebenfalls die 4k auflösung der q led bildschirm dürfte dann aber für ein kontrastreicheres und farbstärkeres bild sorgen was sich noch mal deutlich von der 4k und von der hd funktion unterscheiden soll viel wichtiger als die fernsehfunktion war amazon bei der vorbestellung aber der verweis auf die smarten features des tvs damit der omni q led bei nicht gebrauch nicht nur als schwarzes loch an der wand hängt zeigt er optional gemälde naturbilder oder familien fotos aus der amazon clouds an alternativ bringt er wie der echo show 15 auch die bekannten widgets auf den schirm zeigt also etwa notizen oder die wettervorhersage eine amazon fernbedienung braucht dieser fernsehen nicht amazon hat ihn stattdessen mit der fernfeld mikrofontechnik ausgestattet ergebnis wie ein echo lautsprecher reagiert er dann auf sprachbefehle fürs laufende jahr verspricht amazon noch eine weitere funktion alexa kann dann auf sprachbefehl eigene bilder für die kunstfunktion erstellen sagen sie etwa erstelle ein bild von big ben mit nordlichtern liefert die smarte assistenz entsprechende bildvorschläge marke eigenbau für so viel technik erscheint der omni vergleichsweise günstig am anfang das kleinste modell mit 43 zoll kostet regulär 600 euro das größte dann mit 65 zoll 1000 euro zunächst will amazon sie sogar für 399 euro 99 beziehungsweise den großen dann ab 899 euro 99 anbieten dazwischen liegen dann noch die modelle mit 50 zoll mit 479 99 später dann 699 euro und der 55 zoll fernseher mit 549 euro später dann 799 99 euro alle geräte sind ab sofort bei amazon vorbestellbar passende links mit dem vorbesteller rabatt bekommt ihr wie schon hier erwähnt unten direkt in meiner video beschreibung die auslieferung beginnt dann ab dem 12 april 2023 nur die q led modelle in 43 50 oder 55 zoll erscheinen erst am ersten sechsten 2023 wie sich die tv geräte dann in der praxis schlagen werdet ihr natürlich hier auf diesem kanal sehen darum gibt mir bitte jetzt ein like für dieses video ein abo für den kanal und ich sage vielen dank fürs anschauen sehr gern bis zum nächsten video und damit tschüss bei bei und winke winke abone ol Vielen Dank.